Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 515. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei die Patricia. Hallo. Der Marvin. Hallo und mir ist gerade aufgefallen, dass ich das Mikro nicht ausgemacht habe, als ich mir die Hose umgezogen habe. Aber gut, Dinge passieren. Hallo. Okay, wer jetzt hier Bilder im Kopf hat, kurz durchatmen, anhalten. Wir machen jetzt einfach ganz normal weiter. Hallo Basti. Ciao, ciao, ciao. Gut, bevor wir jetzt hier gleich weiterhin über Fußball, Glasner und vielleicht auch am Ende noch mal kurz Marvins Hosenpraktiken reden, wollen wir natürlich ganz, wie sich das gehört, ein bisschen Hausmitteilungen am Anfang machen, weil wie ihr ja wisst, könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu beitragen, dass wir hier Woche für Woche diese Sendung produzieren können und vielleicht dann in ein paar Wochen auch wieder über einen Pokalsieg reden können, wer weiß. Und wie ihr das tun könnt, das findet ihr auf eintracht-podcast.de und dahin haben auch den Weg, den der Philipp und der Abel gefunden. Die kamen nämlich mit kleinen Spenden um die Ecke, da sind wir sehr dankbar für und der Dank geht stellvertretend für alle anderen Unterstützer und Unterstützerinnen raus an die beiden. So, und jetzt lassen wir uns doch über Fußball reden, aber, oder genauer gesagt, lassen wir uns erst noch mal über die Thematik Glasner reden. Es ist jetzt eine gute Woche hier, seitdem die Entscheidung feststeht, dass die Eintracht und Oliver Glasner zum Ende der Saison getrennte Wege gehen und ja, vielleicht hat das bei dem einen oder anderen jetzt noch mal mit ein bisschen Nachdenken die Meinung geändert. Wie ist denn eure Meinung dazu jetzt mit so einer Woche Abstand, lieber Marvin? Wie ist deine Meinung dazu, zu diesem Thema? Ja, meine Meinung ist immer noch, dass ich es, eigentlich, ich finde es ja immer noch schade, also das lässt sich auch nicht verhindern. Also ich denke immer noch darüber nach und muss sagen, dass ich das irgendwie, insgesamt habe ich einfach ein Problem damit, damit, dass wir in dieser Zeit der Vergeglichkeit des Fußballs leben. Und das ist halt aber einfach so, es ist Profifußball und Profifußball bedeutet dauerhaft irgendwie Erfolg zu haben. Und wenn halt Dinge mal nicht so laufen und die Gründe sind vielfältig, die liegen sowohl bei Glasner als auch in einer gewissen Art und Weise auch beim Verein, da hätten Dinge besser laufen können, aber tatsächlich halt auch an Glasner. Deswegen ist diese Entscheidung für mich nachvollziehbar, vielleicht sogar unumgänglich. Trotzdem muss ich sagen, dass ich es aus einer emotionalen Perspektive schade finde, weil vor einem Jahr haben wir zu Recht ihn auch da hochgehoben. Er hat den Europapokal mit uns möglich gemacht. Und ich denke, das ist halt emotional einfach schwer zu sagen, dass man jetzt sagt, okay, man schließt es einfach so ab. Ich finde es halt krass, was in einem Jahr alles passiert, dass du von dem absoluten Objekt der Begierde, dem Firebeast, einem Oliver Glasner, der in Mallorca sich einen hinter die Binde gekippt hat nach dieser Superfeier und ultra sympathisch auch war mit seinem versteckten Anzug, den er da hatte, beziehungsweise hier mit der Mütze und der Brille und so weiter und so fort. Diese Bilder, die haben der ja schon irgendwie die Runde gemacht. Es fällt mir schwer, aber ich akzeptiere es mittlerweile und ich habe das Gefühl, dass sich das jetzt langsam auch so ein bisschen setzt. Vielleicht ist es am Ende auch für ihn besser, aber trotzdem, man muss mir das Gefühl noch irgendwie zugestehen, dass ich das halt schon noch ein bisschen traurig finde. Ja, absolut. Marcel, geht es dir da ähnlich? Ich bin gar nicht so weit, dass ich sagen kann, ich habe jetzt eine Meinung dazu. Das ist ehrlich gesagt auch ein Schock, muss ich sagen, weil klar hat sich das in den letzten Wochen angedeutet, aber wenn du da einen größeren Bricklauf wirfst, es ist genauso wie Marvin sagt, du denkst, der ist hier gefühlt vorgestern noch mit dem UEFA-Pokal durch Frankfurt gefahren in diesem Autokrause und jetzt ist Sommer weg und nicht, weil wir ihn an einem besseren Verein verliehen, beziehungsweise klar kann es passieren, dass das kommt, aber weil es halt unüberbrückbare Differenzen zu geben scheint. Und am Ende ist es unglaublich schade, weil man sich gewünscht hätte, dass die halt alle, die da jetzt sind, zusammenarbeiten, auch in Zukunft und das scheint nicht möglich zu sein. Das hat sich angedeutet. Man hat es immer mal wieder gehört, man hat es da vielleicht auch mal ignoriert. Eine Zeit lang ging es vielleicht gut, dies, das, ananas, da wurden Fehler gemacht von allen Seiten. Ja und jetzt hat er natürlich dann als schwächtes Glied, wie Rode das genannt hat, den Kampf da verloren, in Anführungszeichen. Und ist jetzt weg. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Es fühlt sich so an, als wenn man, keine Ahnung, sich auch nochmal dazusetzen würde gerne und sagen würde, Suki, erzähl mir, was ist denn jetzt hier so? Und damit man auch selber irgendwie ein besseres Gefühl dafür kriegt, weil ich kann alle verstehen, die da emotional reagieren und sagen, ey, was soll das? Aber ich bin da ein bisschen vorsichtiger, weil wir hatten in der Vergangenheit auch oft so Situationen, wo es auf den ersten Blick sehr eindeutig war, was man irgendwie fühlt und was man denkt. Und dann ist es auf den zweiten, dritten Blick dann doch ein bisschen anders gewesen, beziehungsweise hat sich da viel relativiert. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Moppes Petz, da war auch der Aufschrei riesengroß. Und dann sind nach und nach Sachen durchgesickert, wo du denkst, ah, okay, gut, war vielleicht die richtige Entscheidung. Ich weiß nicht, ob das bei Glasner kommt. Es kann auch sein, dass wir uns hier verzockt haben und wir den besten Trainer, den wir hier hatten, weggeschickt haben, weil wir einen Sportvorstand haben, der mit ihm nicht kann, beziehungsweise der vielleicht auch sich gar nicht auf der Nase rumtanzen lassen will oder eigene Fehler auf diese Art und Weise präsentiert bekommen. Wir wissen es alle nicht und das wird auch, glaube ich, noch lange so bleiben, auch wenn das für den einen oder anderen schwer auszuhalten ist. Ob das die richtige Entscheidung ist, wissen wir aktuell noch nicht, egal, wer da auch unbedingt jetzt schnell eine Meinung zu haben will. Aber ich glaube Marvin hat das Wichtigste gesagt, es ist am Ende unglaublich schade, aber auch Sachen, die schade sind, können am Ende richtig sein. Ja, ist ja auch so ein bisschen, also es ist ja dann auch so ein, oder sagen wir mal andersrum, wie wir das am Ende einschätzen, ist ja dann auch abhängig davon, wie es jetzt nach vorne hin weiter geht. Ich sag mal, wenn der nächste Trainer, der jetzt kommt, irgendwie die Mannschaft noch einen Ticken besser macht, dann sagt man, es war die richtige Entscheidung und wenn es dann irgendwie katastrophal wird und wir dann irgendwie wieder, weiß nicht, drei Trainer pro Saison haben, dann sehen wir uns alle danach zurück. Also das beeinflusst das ja auch so ein Stück weit. Was ich halt schade finde, ist, dass es ganz offensichtlich, wie du ja gesagt hast, Basti, also zumindestens, was sich so andeutet, nichts Genaues weiß man nicht, nicht allein nur oder vielleicht sogar nicht hauptsächlich an den sportlichen Gründen hängt, sondern da ganz viel andere Sachen mit reinhängt, wo man aber halt nicht weiß, ob das jetzt am Ende des Tages richtig ist oder falsch ist, weil man, wie du ja gesagt hast, nicht dabei war und da jetzt vielleicht an der Stelle einfach noch abwarten muss. Du hattest Krösche schon angesprochen, der hat ja auch entsprechend viel Kritik abbekommen, zumindestens in den Social Media. Ich weiß, dass das jetzt keine Abbildung der Realität ist. Ich konnte es an der Stelle noch ein bisschen nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen konnte, was auch in den Social Media viel Kritik war, war, dass da sehr viel auf Hellmann in der Causa dann auch rumgeritten ist. Patricia, kannst du das nachvollziehen oder kannst du mir erklären, warum das so ist? Was heißt nachvollziehen? Ich glaube, es ist einfach, weil er auch in den letzten Tagen, würde ich jetzt eigentlich schon fast sagen, so lange ist es ja noch nicht her, Wochen immer präsenter wieder wurde, nachdem seine eigene Zukunft geklärt war und es da eben auch um Glasner ging. Und er hat ja sich auch relativ deutlich auf Krösches Seite gestellt, also die Glasner-Entscheidung befürwortet. Plus, ja, ich glaube, viele haben es ihm auch ein bisschen übel genommen, diese Aussage, ja, dass das jetzt hier für Klarheit gesorgt werden muss und dass das auch nicht geholfen hat, dass Glasner sich eben nicht zur Eintracht bekannt hat und nicht vorzeitig verlängert hat und dass das Unruhe reingebracht hat. Und ich glaube, das haben ihm ja einige dann auch übel genommen beziehungsweise vorgeworfen, dass seine Zukunft ja auch lange Zeit in den Sternen stand, beziehungsweise er sich auch relativ lange Zeit gelassen hat, was seine DFL-Entscheidung angeht. Und um dann Glasner für eine ähnliche Geschichte vielleicht zu kritisieren, ich glaube, das hat ja so ein bisschen gebackfired, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man da aus diesem Grund auch auf Hellmann gegangen ist. Und er hat ja auch gesagt, nachdem er seine Zukunft bei Eintracht Frankfurt verkündet hat, dass er sich ja jetzt auch wieder mehr zu Wort melden wird und das hat er ja dann auch, also er hat es schon so ein bisschen angekündigt, ja, und das war ja dann auch der Fall, also dann ging es ja auch direkt um den Trainer und er hat ja dann Krösche den Rücken gestärkt, was ja aber auch irgendwie klar ist, weil Krösche ja der Mann ist, der bleibt und Glasner ja wohl, also es wurde sich ja gegen Glasner entschieden letztendlich. Ich glaube, viel Sinn ergeben hätte das jetzt nicht, da auch Krösche zu kritisieren jetzt noch, das hätte ja noch viel größeres Fass aufgemacht, aber ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen die Gründe sind, weshalb Leute da auch empfindlich drauf reagieren, beziehungsweise, ja, das so ein bisschen kritisch beäugen und nicht zuletzt auch diese ganzen Geschichten, dass ja auch recht viel mit der BILD geredet wurde und das war auch ein Interview, glaube ich, bei BILD TV von Hellmann. Hellmann, das hat ja auch nicht, auch gerechtfertigterweise nicht so vielen Leuten geschmeckt, ja, könnte mir vorstellen, dass das so ein Mix aus mehreren Gründen sind, die da zusammenkommen. Ja, das klingt für mich nachvollziehbar, aber gut, jetzt ist es, glaube ich, erstmal wichtig und das hatten wir ja auch in den vergangenen Wochen immer wieder, dass man sich auf das Sportliche konzentriert jetzt, wo Klarheit herrscht und damit würde ich dann mal Richtung des letzten Bundesligaspiels Mainz gucken. Zumindest hat ja diese Klarheit und diese Entscheidung, die man jetzt getroffen hat, dazu geführt, dass gegen Mainz eine andere Mannschaft wieder auf den Platz stand, jetzt nicht nur von anderen Spielern, die wir vorher noch nicht hatten, Stichwort Touré, der jetzt wieder von Anfang an auch auf dem Platz stand in der Abwehr, sondern auch, was so Körpersprache Spielfreude und vor allen Dingen auch Toreschießen anging, oder Marvin? Ja, klasse, also du, ich bin sehr zufrieden, wie ich das gesehen habe, dass die Eintracht wirklich wieder zum Spielen zurückgefunden hat, das habe ich in der Woche zuvor ja noch sträflich vermisst, wenn ich daran zurückdenke, wie grausam die Partie in Hoffenheim war, teilweise gab es ja in der letzten Zeit einige blutleere Partien, Hoffenheim hat im Ganzen, glaube ich, wirklich die Krone aufgesetzt mit der dauerhaften Beschäftigung mit anderen Dingen neben dem Fußballplatz, das war wirklich sehr, sehr gruselig und irgendwie hast du jetzt auch Mainzer gehabt, die irgendwie vielleicht auch gar keinen Bock hatten auf Fußball, so sah es zumindest so aus, aber ich war wirklich irritiert, ich weiß nicht genau, warum Mainz so wenig an diesem Spiel teilnehmen wollte, denn es war ja auch so, dass natürlich die Eintracht auch wirklich besser drauf war, deutlich verbessert, sieht man in Torsche aus und sieht man daran, dass sie auch wirklich ordentlich an Gegner rangegangen sind, sich mehr erarbeitet haben, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Mainz war irgendwie nicht so da und wollte jetzt, wollte er auch wirklich nicht viel mitnehmen, aber wie gesagt, die Eintracht muss auch dann trotzdem erstmal die Tore machen und das haben sie geschafft und auch, dass endlich mal 0 Gegentore dastehen, ist glaube ich für die gesamte Abwehr ein gutes Ding, auch um jetzt auf die nächsten Wochen aufbauend weiterzuarbeiten und auch für Kevin Trapp, glaube ich, keine schlechte Sache, also wir haben viele positive Dinge gesehen an diesem Samstag. Ja, auch gerade, weil du es ansprichst, Abwehr war ja jetzt unterwegs mit eben schon gesprochenem Touré, ein Tutor und ein Indica und ich fand schon, dass du einfach gesehen hast, dass man da viel aktiver in den Zweikämpfen war, auch die Wege zurück an das da noch angegangen ist, es wirkte also alles in allem ein bisschen stabiler, man hatte ja auch sich dann taktischerweise auf der Doppelsechs so drauf eingestellt, dass Rode der Spieler war, der da mehr mit nach vorne gegangen ist und ein Sow dann öfters mit hinten geblieben ist, also auch da einfach in der Zuordnung dann deutlich besser, aber klar, wie du auch sagst, Mainz war jetzt nicht wirklich gefährlich in dem Spiel, es gab, glaube ich, in der ersten Hälfte eine einzige gefährliche Aktion, was halt der große Unterschied war, war halt tatsächlich die Offensive, weil in der Vergangenheit hatten wir es ja schon in Spielen so, dass wir auch viele Torchancen hatten, aber nicht wirklich viele Abschlüsse und dementsprechend auch wenig Tore. Ich glaube, im Spiel gegen Gladbach hatten wir mindestens genauso viele, ja, Torschüsse in Anführungszeichen, haben wir aber am Ende des Tages nur ein Tor irgendwie daraus gemacht, ich glaube, das war halt einfach dann das Ding und vielleicht hat uns ja auch dieser Elfmeter geholfen, oder meinst du, das wäre in dem Spiel egal gewesen, Basti? Ich glaube, es wäre egal gewesen, weil Marvin hat es schon gesagt, Mainz war irgendwie nicht da, die sind ja in den letzten Wochen auch so ein bisschen abgesagt, ich glaube, das ist für eine Mannschaft wie Mainz auch normal, die haben ähnliche Probleme wie wir, was ihren Kader betrifft und irgendwie dann quasi so eine Länge der Saison auf nochmal einem Niveau unter uns, ich finde, das hast du gesehen, dass da irgendwie keine Körner drin waren, also die hatten jetzt irgendwie nicht so, weiß ich nicht, nicht in ihrem Spirit drin zu denken, ach krass, guck mal, wir können uns theoretisch auch noch für Europa qualifizieren, sondern das war eher so, ja gut, das Wetter ist gut, wir werden uns jetzt hier mal ein bisschen passiver verhalten und keine Ahnung warum, also es kam der Eintracht ein bisschen zu pass, aber am Ende weiß man es auch nicht, es kann auch sein, dass die Eintracht dafür gesorgt hat, dass Mainz eben so blass ausgesehen hat und das ist dann halt am Ende so, am Ende ist es auch egal. Ich glaube, die Eintracht hätte dieses Spiel sogar so gewonnen, auch ohne diesen Elfmeter und dieses unglaubliche Tor von Buta, weil sie halt einfach an dem Tag wieder da war und ja, so die ersten zwei Tage nach dem Spiel habe ich mich ehrlich gesagt eher darüber aufgeregt und gedacht, alle, habt ihr es noch alle, klärt doch den ganzen Bullshit einen Monat vorher, was ist denn mit euch, so fehlen ja nicht viele Punkte, um irgendwie auch über die Liga noch in die Euroleague zu kommen und das hätte auch nicht viel mehr Körner bedarf, bedurft, bedarf, bedirft, alle, das einfach durchzuziehen und wenn du dann siehst, okay, es klappt wieder und wenn du dann siehst, guck mal, wir haben ja hier wieder die Europa League Final Abwehr da und nach 100 Jahren mal wieder zusammen und funktioniert scheinbar, da stellt man sich schon viele Fragen, aber wenn es egal, das Spiel wurde gewonnen und am Ende wären die Diskussionen dann nämlich weitergegangen, dann hättest du nämlich gesagt, kann man Glas jetzt noch zum Pokalfinal halten, kann man jetzt das noch machen, kann man das noch machen, also das Spiel hat mich jetzt nicht unglaublich emotionalisiert, auch wenn es natürlich super ist, dass du gegen Mainz gewinnst, aber was wichtiger war, dass du jetzt für die nächsten Wochen dadurch Ruhe hast und nicht noch mehr Diskussionen, was jetzt diese Kurzfristigkeit betrifft, weil die Diskussionen, was die Langfristigkeit betrifft, sind ja schon intensiv genug, das heißt, man hätte jetzt nicht gebrauchen können, dass jetzt auch noch jeder Hans Wurst seine Meinung dazu abgibt, ob Glasner nicht vor dem Pokalfinal auch noch gehen muss. Ja, da hast du natürlich recht, wenn man die Diskussion jetzt irgendwie noch in den letzten zwei Wochen da aufmachen würde, dann hätte man überhaupt keine Ruhe, dann kannst du das Thema wahrscheinlich nur schwer irgendwie auf den Sport, auf das Sportliche konzentrieren. Trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt zu sehr drauf geht nach dem Motto, Mainz wäre an dem Tag nicht gut gewesen, also beziehungsweise nein, sie waren tatsächlich nicht gut, aber dass die Eintracht das Spiel einzig und allein deswegen gewonnen hat, die Tendenz gefällt mir jetzt gerade nicht, weil ich schon finde, dass wir wesentlich besser spielerisch an dem Tag unterwegs waren und wenn man es mal sich anguckt, hätten wir am Ende des Tages wahrscheinlich sogar noch irgendwie 4-5-0 gewinnen können, gewinnen müssen, wenn der Heber von Kamada nicht irgendwie blöd da noch vorbeigeht oder der abgefälschte Schuss von Götze nicht an die Querlatte geht oder da waren ja noch so ein paar Dinger dabei gewesen. Ich glaube, Moani hatte in der ersten Hälfte auch noch irgendwie was, wo es knapp vorbei geht, also ich fand schon, dass die Eintracht deutlich besser war in dem Spiel als in den Dingern davor. Aber ich gebe dir natürlich recht, Basti, das hätte man auch irgendwie vor drei Wochen machen können und dann hätte man vielleicht zwei Spiele mehr volle Punktzahl geholt und dann sieht die Nummer irgendwie ganz anders aus. Aber ja, das kann man jetzt auch nicht mehr ändern, sowas habe ich mich dazu aufregt, es ist jetzt vorbei und ich hoffe, dass die Eintracht nach drei solcher Situationen dann, wenn es nichts ja wieder so ist, vielleicht lernt, gewisse Dinge im Keim zu ersticken. Ja, aber das Wichtige ist tatsächlich halt, ich meine, egal wie es jetzt ist, wenn du jetzt weiter mit negativen Ergebnissen durchgelaufen wärst, dann würden sämtliche Diskussionen jede Woche wiederkommen und du würdest dann auch, ja keine Ahnung, eine gewisse Negativität würde sich auch verselbstständigen und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass egal, worauf es jetzt hinausläuft, ob wir uns mit viel Glück noch für die Liga qualifizieren, über die Liga qualifizieren, ja über die Liga europäisch, das wäre ja auch der Wahnsinn, dann würden wir ja noch sicherer zum DFB-Pokalfinale anreisen oder wenn es halt nur das Finale wäre, aber wenn wir die letzten Spiele auch noch erfolgreich gestalten, vielleicht nicht mehr verlieren, vielleicht auch noch ein paar Highlights sehen und merken, die Mannschaft hat sich gerade wieder selbstvertrauen erarbeitet, hinführen zu dem wichtigen Spiel gegen Leipzig, dann ist das schon viel gewonnen und das ist halt jetzt so oder so der erste Schritt, egal wo es jetzt noch hindäuft und das ist jetzt total essentiell. Ja, das ist richtig. Es hätte auch nicht für die Verantwortlichen gesprochen, wenn sie das nicht hingekriegt hätten, so du hast jetzt irgendwie fast über zwei Jahre zusammengearbeitet, das sollte man jetzt auch noch hinkriegen, also so professionell sollte jeder sein, egal wer da jetzt welchen Anteil hat, zu sagen, ey Gott, es geht jetzt gar nicht mehr, dann müsste schon Gott weiß, was passiert sein und wenn das passiert wäre, hätte man dann viel, viel früher reagieren müssen und jetzt nicht, weil die dann gegen Mainz verloren hätten. Also am Ende kann man diese Geschichte jetzt positiv abschließen und Glasener kann hier durch die ganz große Tür gehen und ich hoffe auch, dass die Eintracht eine ganz große Tür vorbereitet, weil diese Pressemitteilung, die wirkte schon so ein bisschen abgeklärt, das fand ich irgendwie ein bisschen blöd, aber das werden die nächsten Wochen zeigen und dann werden alle erstmal durchatmen und dann gucken wir, was nächstes Jahr passiert und dann, aber für jetzt wäre es halt ganz geil, wenn man die Stimmung hochhält und jetzt vielleicht auch nicht unbedingt jetzt ein beiden Spiel in der Bundesliga verliert, sondern vielleicht noch den einen oder anderen Punkt holt, dass so ein bisschen auch der Flow bleibt und dass du dann, ja, dich quasi reinpiekst in dieses Pokalfinale. Das ist ja das Einzige, worum es jetzt geht noch. Vielleicht ist das tatsächlich auch das Gute, dass jetzt wirklich wir es geschafft haben, in diesem Pokalfinale zu stehen und du eigentlich jetzt nicht quasi jetzt schon an dieses Auslaufen lassen irgendwie denkst, weil wenn wir jetzt das Pokalfinale nicht hätten, dann hätte man jetzt gewusst, okay, es sind noch drei Ligaspiele irgendwie, ja, theoretisch ist noch was möglich, aber so richtig packen tut es halt auch keinem mehr. Also dir fehlt halt so dieses emotionale Highlight zum Ende, das womit ja viele Mannschaften dann, glaube ich, auch so ein Stück weit und auch wir in der Vergangenheit dann immer so das Problem hatten, dass du halt wusstest, okay, nach oben geht nix, nach unten geht nix oder nicht wirklich viel und dann fehlt dir so dieser emotionale Abschluss und der ist ja nicht mit der Liga, sondern der ist ja mit dem Pokal. Also du hast halt jetzt wirklich nochmal was, wo du drauf hinarbeiten kannst. Ich glaube, das ist etwas, wo wir jetzt nochmal einen Vorteil haben, auch in der Liga den anderen gegenüber, wo es eben das nicht mehr gibt. Ich finde das auch ganz wichtig, dass das nochmal so ein Highlight-Spiel ist und vor allem, dass das so ein Highlight ist, dass jedem was bringt. Also das bringt sowohl Glasner noch was als dem Verein, als den Spielern, die gehen. Jeder will einen Titel noch mitnehmen. Also ein Trainer möchte sich verabschieden mit noch einem Titel im Repertoire, ein Spieler möchte sich verabschieden mit noch einem Titel. Das ist jetzt auch nicht so ein Ding, wo du sagst, ach, ich bin nächstes Jahr eh weg, ist jetzt eigentlich auch egal, ob die sich qualifizieren für Europa oder so, über die Liga. Da könnte man ja vielleicht dem einen oder anderen unterstellen, auch wenn ich das ungern tue, weil ich glaube trotzdem, dass jeder, der im Hochleistungssport unterwegs ist, einen gewissen Anspruch hat und auch eine gewisse Motivation. Aber das ist halt eben nochmal was auch aus ganz egoistischer Sicht gesehen. Wenn du es schon nicht für den Verein tun willst oder kannst oder was auch immer, dann hast du zumindest noch diesen Gedanken, es ist ja auch was für mich, was dabei rausspringt, was dafür hängen bleibt. Und deswegen hoffe ich und denke ich auch, es kann sich egal wer, egal in welcher Situation sich diese Person befindet, nochmal dafür motivieren. Und das ist so auch so meine Hoffnung, die ich schöpfe, dass das nochmal das ganz große Highlight-Spiel zum Schluss ist und sich dann sowieso über den Sommer vermutlich sehr, sehr viele Dinge ändern werden. Und ja, dann beginnt halt wieder eine neue Ära, weil diese Glasener-Geschichte ist vorbei und es werden sich auch einige Spieler, die uns jetzt vielleicht schon Jahre begleitet haben oder eben auch nur ein Jahr begleitet haben, wir werden es sehen, werden sich verabschieden und damit, ja, das wäre halt nochmal schön, so einen runden Abschluss zu finden für alle Beteiligten, um dann ja fast schon neu zu starten. Was heißt neu starten, aber zumindest, ja, in eine neue Richtung aufzubrechen. Ja, du kannst halt… Und dieses Abschiedsgeschenk kannst du halt wunderbar halt noch machen und das ist halt genau das Ding. Und das ist ja auch sogar, das ist ja so ein gegenseitig Effekt, Gegenseitigkeitseffekt, weil auf der einen Seite ist es natürlich genau das, dass du sagst, dass du, Patrick, jetzt habe ich dir vollkommen richtig gesagt, dass die Spieler sich nochmal belohnen können, dass die Spieler und auch die Trainer sich auch nochmal belohnen können, auch sagen können, hey, ich bin im Zweifel, kann ja sein, dass Glasner nach zwei Pokal, nach zwei erfolgreichen Pokalsiegen dann als Trainer nicht mehr weitermacht bei dem Verein, bei dem er diese beiden Pokale geholt hat. Ist irgendwie absurd, aber ist dann vielleicht auch ein Ding der Entwicklung und darüber muss man dann ja auch sprechen, denn am Ende ist es ja trotzdem so, auch wenn wir genau darüber jetzt gerade reden, ist es ja trotzdem so, dass in der Liga halt hier Mannschaft zweimal in der Rückrunde krass unter Niveau geblieben ist. Und das ist ja trotzdem ein Punkt, den müssen wir jetzt auch ausklammern, aber er ist halt da, deswegen ist er in die Gesamtbewertung eingeflossen, als es darum ging, dass mit Glasner halt nicht weitergemacht wird. Aber wenn wir jetzt nochmal darauf zurückgucken, ist es aber trotzdem diese Einzelmotivation für die Spieler, eine ganz Selbstverständlichkeit, jeder will einen Pokal holen und jeder wird auf dem Anschlag motiviert sein, diesen Pokal zu holen. Gleichzeitig kannst du dich auch irgendwie ein bisschen bei deinem Verein bedanken, der dich auch in schlechteren Phasen supportet hat. Ich denke hier an Kamada, der nach der Saison definitiv den Verein verlassen wird. Ich gehe davon aus, dass Leute wie Lindström vielleicht auch den Verein verlassen werden und für die ist es halt auch total geil, in so jungen Jahren nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen, sich mit einem Pokal zu verewigen und gleichzeitig aber natürlich auch sich in den Annalen eines Vereins irgendwie zu verewigen und auf der anderen Seite nochmal Danke zu sagen an den Verein, der dir durchaus dann doch unterstützt hat. Und für uns als Fans dieses Klubs, das ist halt insofern halt auch krass, was das alles nochmal bedeuten kann. Ich habe es immer wieder betont, ich habe es auch hier schon mal betont. Ich glaube auch, dass, wie Patrizia, wie du es eben richtig gesagt hast, dass das End of an Error sein wird. Also wir werden, es wird irgendein Strukturwechsel stattfinden bei der Eintracht. Ich gehe fest davon aus, dass sich hier allein aufgrund einer Umstrukturierung innerhalb der Mannschaft einiges verändern wird. Wir haben wieder einen neuen Trainer, wir haben zum Glück eine Kontinuität bei Hellmann, aber alles andere kann nach links gedreht werden. Von dem, was ich so ein bisschen aus dem Vereinsumfeld höre, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir wieder mehr vermehrt auf jüngere Spieler setzen, die wir dann mit mehr Geld dann verkaufen. Also schon, ich will nicht sagen Ausbildungsverein, aber vielleicht nur nach dieser Champions League Saison wieder eine Stufe zurückgehen, auf junge, talentierte Leute gehen. Und das ist ja dann auch immer ein kleiner Wechsel, wie es jetzt zuletzt vielleicht war. Und gleichzeitig ist es aber auch so, am Ende ist es auch so, dass ja, in dem ja Peter Fischer jetzt sein letztes Amtsjahr hatte, also auch das könnte man ja auch nochmal reichlich mit Emotionen anführen, dass es die letzte finale richtige Saison ist von Peter Fischer und dass man Peter Fischer auch nochmal gebührend verabschieden will mit einem Pokalsieg, wäre ja auch nicht so verkehrt. Ich könnte mir auf jeden Fall Schlechteres vorstellen, ja. Du merkst schon, ich hole die ganzen Sachen schon raus, wie man sich motivieren kann für den DFB-Pokal. Ja, du, ich bin dafür, dass man jetzt schon anfängt, dich die hier Motivationsrede vor dem Pokalfinale schreiben zu lassen und irgendwie zu üben, damit du das da vor der Mannschaft vortragen kannst, wenn es nach mir geht. Das hat ja schon mal geklappt mit einer Motivationsrede 2018. So, ja. Basti, wir müssen wieder auf deine Couch. Ihr müsst wieder bei Basti auf deine Couch. Ihr müsst selber auf meine eigene Couch jetzt, weil ich habe gerade eine Absage bekommen für Ticket alle acht. Scheiße, ich will jetzt hier nicht mehr viel sagen zum Pokalfinale, gerade acht, du liebe Himmel. Die E-Mails gehen scheinbar gerade aus. Und es steht hier auf jeden Fall, dass ich keine Harte zugelost bekommen habe. Wo es jetzt auch echt kurzfristig auf jeden Fall ein Riesenabfuck ist, Alter. Ja, das war jetzt quasi die Bewerbung für die Dauerkarteninhaber, wo jetzt die Absagen rausgehen. Dauerkarteninhaber, genau. Und sie werden jetzt scheinbar gerade verschickt, weil hier hageln ab und zu sagen in die WhatsApp-Gruppen rein. Ach, scheiße. Okay. Gut, das werde ich jetzt erstmal aufnehmen, die Informationen. Gut, verarbeiten wir und kriegen wir schon irgendwie hin, wie immer. Aber es ist natürlich schon weird. Ja, es ist jetzt nicht nur bei mir so. Ich meine, es gibt jetzt wahrscheinlich auch der ein oder andere, der da traurig seinen E-Mail-Post voröffnet. Aber es war klar, irgendwie war das in den letzten Jahren immer einfacher. Aber ich bin froh und mutig, dass wir da trotzdem mit 40.000, 50.000 da sind. Das wird das Wichtigste sein, dass wir da nicht viele Leipzig-Fans sind, weil das wird auch für mein weiteres Leben wichtig sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich verhaftet werde, nicht so hoch wird. Basti, hast du denn schon ein Bullen-Kostüm gekauft? Nee, ich werde mir noch eins kaufen und mich dann bei denen in den Bus setzen und dann die Inkognitur in dieses Jahr erfahren. Ja, aber nur in den gesegneten Bus, ne? Also man muss dann vorher nochmal fragen, ob der Bus gesegnet ist. Ich fahre mit den Holy Bulls natürlich mit wem sonst. Ja, also, bitte. Richtig und wichtig, würde ich sagen. Ja, definitiv. Ja, also Sicherheit und Segnung geht vor. Schreibt uns mal, ob ihr jetzt auch schon Absagen bekommen habt. Dafür ja schon spannend, dass es jetzt rausgeht. Da wird sich ja jetzt einiges tun. Ich glaube, das wird, also allein schon aufgrund dessen, was wir an Zuwachs an Mitgliedern und so weiter in den letzten Jahren bekommen haben, da wird es einfach eine große Anzahl von Nachfrage geben. Und wir kennen ja wie immer dieses Spiel auch, dass da jede Menge DFL-Karten sind, die dann da wieder an irgendwelche Sponsoren gehen, die dann da in irgendwelchen Logen sitzen und sich das Ding auf dem Fernseher... Nee, kannst du mir das erklären, weil es ist ja tatsächlich so, dass die Eintracht irgendwie in der freien Verlosung irgendwie so ein bisschen weniger hatte. Oder habe ich das falsch gesehen? Bitte klärt mich auf, Patrice, wenn ich das falsch gesehen habe, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da 3000 Karten weniger waren als bei den roten Bullen aus Leipzig. Zumindest wurde es so kommuniziert, ja. Du hast es mir jetzt auch nicht erklären können, aber du hast es auf jeden Fall nicht falsch gesehen, weil ich hatte es auch gesehen und da kamen natürlich ja auch Fragen rundum auf, warum sagt Leipzig irgendwie 23.700 oder irgendwie sowas und die Eintracht dann nur 20.000. Ja, aber ich finde es auch schon heavy, dass da wirklich 3000 Karten oder so einfach gefehlt haben. Unsinn. Das Mysterium der 3000 verschwundenen Karten. Ja gut, aber die sind ja mit Sicherheit da nicht verschwunden, sondern die gehen dann vermutlich an irgendwelche Sponsoren. Wie werde ich denn Sponsor noch so spontan eigentlich? Nur mal so gefragt. Wie kann sie Sponsor werden? Das ist eine berechtigte Frage. Vielleicht können wir da noch so 10 Euro im Portemonnaie. Könnte ich auch geben. Zähle ich dann als Sponsorin? Wäre das möglich? Eintracht Frankfurt, bitte meldet euch, wenn ihr das hört und dann kann ich vielleicht auch so ein Sponsoren-Ticket haben. Das wäre ganz cool. Ja. Ich repartiere jetzt ja das PM. Weiß ich nicht, ob man so spontan noch Sponsor werden kann. Wenn ja, dann würde ich auch noch einen Zehner da mit in den Topf werfen. Also den kriege ich auch noch zusammen. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Frage, weil mit Sicherheit wird Leipzig ja auch eine gewisse Menge an Sponsoren haben, denen ja dann auch irgendwelche Karten. Wahrscheinlich die ganz normalen Kurvenkarten oder so. Da haben sich irgendwie tausend normale Leute gemeldet und dann der Rest sind irgendwie so Red Bull Mitarbeiter, was weiß ich was. Ja. Ich habe da schon ein bisschen dubios was gehört, also auch von einigen Eintracht-Fans. Ich hoffe, dass da alles erfolgreich läuft. Ja, also ich glaube schon, dass da, wir haben ja in der Vergangenheit auch gesehen, dass wir ja durchaus kreativ unterwegs sind. Liebe ich auch. Liebe so, dass die Eintracht-Fans so gleich kreativ sind. Ja, der da an Tickets irgendwie rankommt und ich hoffe ähnlich wie Basti, dass da einfach ein ganz klares Kräfteverhältnis auf den Rängen vorhanden ist, was deutlich auf unserer Seite am Ende des Tages liegt. allein schon, damit Basti da nicht irgendwie ins Gefängnis kommt. Ja, wenn ich überhaupt im Stadion bin, haben wir gesehen. Genau. Vorm Stadion, da werde ich mich in den Dienst der Eintracht stellen und vor dem Stadion Leipzig-Fans abfangen. Auch eine schöne Vorstellung. Auch eine schöne Vorstellung. Ja, damit haben wir jetzt aber zumindest, wir waren ja gerade eben bei Mainz, haben wir in der Liga jetzt erstmal Mainz überholt, stehen auf Platz 8 mit 46 Punkten, drei Punkte vor uns Leverkusen und Wolfsburg. Also ich sag mal Platz 7, Platz 6 sind beides noch in Schlagdistanz, um, wie Marvin gesagt hat, vielleicht schon einen Platz in Europa klar gemacht zu haben, bevor es dann in dieses Pokalfinale geht. Aber die beiden Plätze, auch wenn an beiden Europa dran steht, ist ja unterschiedliches Europa. Das eine ist Conference League und das andere ist Euro League. Und ich habe mir die Frage gestellt und nachdem ich sie mir gestellt habe, habe ich sie, ich glaube bei euch bei Fußball 2000 auch gehört, ich glaube du warst das Marvin, mit der Frage, will man denn überhaupt in die Conference League? Also außer, dass man europäisch spielt und dass das für die Fans ein weiteres Highlight ist und dass man so einen Wettbewerb nochmal mitnehmen kann, bevor diese ganzen Reformen da irgendwie greifen. Aber finanziell ist es ja jetzt vielleicht auch kein so super reizvolles Los. Marvin, wie schätzt du das ein? Ja, du hast vollkommen recht, dass es finanziell ist, dass es vielleicht nicht unfassbar reizvoll ist. Ich muss aber sagen, ich bin ja eh derjenige, ich kann ja sowieso nicht so mit Geld umgehen, insofern kann ich dazu jetzt auch nicht so wirklich viel sagen. Also Marvin, nicht um Anlagetipps fragen. Auf gar keinen Fall, das ist wirklich das absolut Falsche. Wir könnten mehr Geld geben und es verschwindet relativ schnell. Ich glaube, das sind die einzigen Dinge, die ich gut kann. Ansonsten würde ich einfach trotzdem sagen, ich habe da einfach Bock drauf. Ich hätte da mega Bock drauf, auch auf eine schöne Conference League, auf gute, trotzdem lustige, spannende Duelle. Das würde es ja so oder so geben. Also von mir aus, ich wäre dabei. Ich kann aber natürlich die Erwägung verstehen, dass es vielleicht auch sinnvoll ist, mal ein Team von vorne hinein wieder normal aufzubauen. Wir werden definitiv ja einen neuen Trainer haben. Das heißt, der muss die Leute auch erstmal kennenlernen. Der braucht vielleicht ein Trainingslager, wo er auch mal alle beisammen hat, wo es vielleicht auch in den Wettbewerb erst ein bisschen später geht. Also ich kann auch diese Gesichtspunkte wirklich gut nachvollziehen, aber aus einer persönlichen, emotionalen Ebene, aber gleichzeitig vielleicht trotzdem auch so ein bisschen so ein Ding, wenn du weißt, okay, guck mal, trotz einer wackeligen Saison ist die Eintracht in der Conference League dann doch wieder dabei. Da wäre das schon ganz cool, aber ganz klar ist auch, wenn wir durch den DFB-Pokalsieg in die Europa League kommen, da wäre ich noch zufrieden damit. Ja, macht halt im Portemonnaie gleich einen nicht so kleinen Teil irgendwie aus. Aber glaubst du, dass es über die Liga noch bis Platz 6 geht oder ist das dann wirklich dafür, für den Wettbewerb, die einzige Chance tatsächlich, der Pokalsieg? Definitiv Pokalsieg. Ich kann mir maximal vorstellen, dass wir noch ein bisschen Glück haben und dass Leverkusen aus irgendeinem Punkt, aus irgendeinem Grund vielleicht jetzt auch noch so ein bisschen so am, ja, schwanken ist und dass wir vielleicht noch Platz 7 erreichen, aber alles über Platz 7 ist für mich nicht mehr erreichbar. Vielleicht Wolfsburg könnte ja auch nochmal schwanken, dass die dann vielleicht die Plätze tauschen. Also sowas kann ich mir vorstellen, mehr nicht. Ja, ich meine, Leverkusen spielt ja jetzt noch am Donnerstag, ne? Spielen die international Halbfinale gegen Rom. Ja, also von daher könnte das ja dann vielleicht nochmal so ein Thema sein, was da vielleicht reinschlägt. Ich weiß nicht, gibt es, Patricia, Basti, gibt es von euch andere Meinungen oder sagt ihr auch, Platz 7 ist das Höchste der Gefühle, was in der Liga jetzt noch geht? Ach, ich glaube nicht, dass die beide abkacken und Leverkusen spielt zu Hause gegen Gladbach und hat auch, glaube ich, irgendwie 5 Tore weniger kassiert, also die insgesamt 6 Tore besser. Ja. Da müsste schon viel zusammenkommen. Also ich kann mir mit Fantasie vorstellen, dass die am letzten Spiel wieder gebuchen verlieren, weil die kämpfen. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Gladbach in Leverkusen irgendwas holen sollte. Das liegt nicht an Leverkusen, sondern das liegt eher in Gladbach. Ja. Und dann hast du Wolfsburg ja auch noch, die, glaube ich, lass mich jetzt nicht lügen, auch gut, in Freiburg spielen die. Ich spiele dann am Freitag gegen Freiburg. Freiburg und Hertha. Ja, dann spielen die gegen die Hertha. Gut, da hat das wahrscheinlich schon abgestiegen dann, also hat es nicht gewonnen. Also du musst schon viele, viele Tore schießen, musst auch selber erstmal gewinnen. Also ich glaube, über die Liga ist die nochmal gegessen, also haben wir ja gesagt. Ja. Ja, dann wenigstens den Pokal, dass wir wenigstens den richtigen Europa Cup nochmal mitnehmen, wie gesagt, bevor die ganzen Reform-Gedönsels da reinhauen. Ja, und dann sind wir schon auf dem Thema Liga und Blick nach vorne. Die Eintracht spielt am Samstag gegen die leider noch im Abstiegskampf befindlichen Schalker in Schalke, die mit Sicherheit auch nochmal richtig jetzt Gas geben werden, um da unten irgendwie noch rauszukommen, die ja ein Punkt hinter Bochum sind und zwei Punkte hinter Hoffenheim. Und ein bisschen Glück haben wir vielleicht dadurch, dass Marius Büther auf Schalke-Seite fehlt, der ja bislang die meisten Tore geschossen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten in diesem Spiel. Auf der einen Seite will ich, dass die Eintracht gewinnt, um da irgendwie Richtung Europa jetzt nochmal irgendwie diesen Schritt zu machen und die Motivation hochzuhalten für den Pokal. Auf der anderen Seite ist Schalke halt auch der Verein da unten drin, den ich am wenigsten jetzt wieder irgendwie aus der Liga rausgeben würde. Ja, es fuckt halt mega ab. Es fuckt so ab, dass die Eintracht es nicht schafft gegen unsympathische Drecksvereine. Mal irgendwie ein bisschen Leisner raufen. Ja, ja, es kann doch nicht wahr sein. Hoffenheim ist echt ein absoluter Scheißverein, die jetzt auch schon wieder verlieren gegen Wolfsburg, wo du wirklich auch sagst, ja, ey, warum können wir denn da nicht mal gewinnen? Oh gut, ohne Scheiß. Ich hab mich echt gescheckt. Das war wirklich eine Schande. Das war wirklich eine Schande für Deutschland oder für die Liga und dass ich mir echt gedacht hab, warum können wir gegen diese Scheißhoffenheimer nicht einfach mal gewinnen? Ja, und dann jetzt ist es jetzt immer, jetzt haben wir einmal wieder gewonnen und jetzt, klar, am liebsten hätte ich mir gewünscht, dass wir mal dreimal in der Liga mal gut brillieren gegen andere Topmannschaften und dann lieber mal gegen Schalke verlieren, weil ich hab auch keinen Bock, dass Schalke absteigt. Das ärgert mich, dass wir lieber gegen Schalke mal den mal Punkte schenken und dann das letzte Spiel dann zu Hause nochmal schön bestreiten und dann so irgendwie zumindest in die Conference League kommen. Das wäre gut gewesen. So bist du halt dafür verantwortlich, wenn Schalke es nicht schafft, abgesehen davon, dass sie natürlich auch selbst für ihr eigenes Pech verantwortlich sind. Aber mich würde es genauso ärgern. Ja, Marvin, hast du es schon zusammengefasst. Das ist unglaublich ärgerlich. Einfach. Also, dass die Eintracht sich nicht geschafft hat, sowohl für sich als auch für die anderen da das Spiel nicht zu gewinnen, weil Hoffenheim wäre jetzt noch mehr in der Scheiße. Die Spieler am letzten Spieltag in Stuttgart, die hätten es dann vollenden können. So ist man jetzt auf andere Sachen angewiesen und muss jetzt selber überlegen. Ich sag dir, wenn du mich jetzt fragst und wenn wir so ausgerechnet haben, dass die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch ist, dass wir da überhaupt noch was reißen, dann soll er von mir sagen, dann verliert da jetzt bitte auch. Also, dann ziehst du durch, dass irgendwie wir alle zusammen das schaffen, was Hoffenheim absteigt mit vereinten Kräften. Das wäre mir tatsächlich fast wichtiger als Conference League, muss ich sagen. Wenn mich jetzt hier einer fragen würde, Hoffenheim steigt ab oder Conference League, dann würde ich Hoffenheim steigt ab sagen. Aber keine Ahnung, vielleicht ist es auch dem Frust geschuldet, der jetzt wieder hochgekommen ist, nachdem Hoffenheim dieses Spiel nochmal aufgerissen hat, weil das ist echt eine doppelte Katastrophe gewesen, wirklich. Das war eine der beschissensten Spiele, die ich jemals, also wirklich in der letzten Zeit wirklich gesehen habe. Zumal du da mit 20k bist, so was ist denn? Reicht das nicht, um dieses Spiel anzuzünden? Ohne Scheiß, das kann auch nicht sein. Und das, also ich meine, ich glaube, wenn du jetzt überlegst, wenn du dann auch darüber nachdenkst, wie dann Entscheidungen zustande gekommen sind, wie die Frustration auch, glaube ich, bei den Eintrachtoffiziellen war, dann musst du auch wirklich sagen, ja, nach dem Spiel kannst du alle Frustration auch verstehen, dass man es nicht hinbekommt, weil du machst ja auch Nebenkriegsschauplätze auf. Ihr habt ja letzte Woche darüber gesprochen, wollen wir dich nochmal aufruieren. Aber dieses Hoffenheim-Spiel war schon, war schon so das, so der Tipping, war schon das, was das fast wirklich zum Überlaufen gebracht hat, mit der Reaktion danach so. Und das ist halt, ich kann das irgendwie nachvollziehen. Ich kann auch im Endeffekt das Ergebnis dann davon nachvollziehen. Und es frustriert mich jetzt noch. Aber vielleicht hat Patrizia eine andere Meinung zu dem Spiel gegen Schalke. Was denkst du da, Patrizia? Glaubst du, dass die Eintracht das da rockt? Oder glaubst du, dass die Eintracht da wieder einfällt? Und wie könnte das Schalke sonst noch schaffen? Ich kann das gar nicht einschätzen, weil wir ja schon das ein oder andere Spiel hatten, wo ich dachte, die Eintracht kann sich jetzt daran hochziehen. Und dann war das nicht der Fall. Deswegen bin ich jetzt skeptisch und kann das auch gar nicht so gut einschätzen, weil Schalke auch nochmal eine andere Mannschaft ist als Mainz. Klar, Schalke steckt im Abstiegskampf und ist dementsprechend auch über die ganze Saison gesehen schlechter unterwegs gewesen als Mainz. Andererseits geht es für Mainz um mittlerweile doch noch die Europa League. Es geht nicht um alles. Es geht nicht um dieses, wir steigen wieder in die zweite Liga ab. Und ich glaube, Schalke hat eigentlich schon auch so diesen Kampfeswillen drin. Von daher glaube ich, das könnte schon auch schwierig werden. Klar, die haben sich jetzt erst mal von Bayern abschießen lassen. Aber gut, das ist halt dann ein Qualitätsunterschied. Aber die Woche davor haben sie halt auch gegen Mainz gewonnen. Und das, obwohl Mainz immer wieder zurückkam. Also ich glaube, das war wirklich so ein Hin und Her. Das war Schalke geht in Führung, dann gleicht Mainz aus. Dann geht Schalke wieder in Führung, dann wieder der Ausgleich. Und dann haben die ja, glaube ich, irgendwie ganz spät in der Nachspielzeit den entscheidenden Siegtreffer gehabt. Was nicht, 107. Minute oder irgendwas? Das war doch eine ewig lange Nachspielzeit, bis dieser Elfmeter dann da gegeben wurde. Ja, und von daher, da ist, glaube ich, noch was drin. Aber ja, es wird kein leichtes Spiel. Deswegen bin ich auch gespannt, wie sich die Eintracht da präsentiert. Weil ja, für die Eintracht geht es noch um Europa. Aber eben halt, wie Basti auch gesagt hat, um die Conference League. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt die allergrößte Motivation ist. Und ich weiß auch nicht, ob der Fokus da komplett drauf liegt, ehrlich gesagt. Wenn du über den Pokal, über ein einzelnes Spiel, was aber gleichzeitig gegen RB Leipzig ist und dementsprechend wahrscheinlich auch nicht einfach wird, ja, wenn du die Europa League holen kannst. Von daher, ich bin gespannt, aber kann es überhaupt nicht einschätzen, wie das läuft. Ja, mal sehen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es auch schwierig und hitzig werden könnte. Weil das ist halt immer so, wenn es für eine Mannschaft um alles geht. Und es tut mir eigentlich auch leid. Ich bin kein großer Schalke-Fan, muss ich sagen. Aber wenn man sich die ganzen Alternativen anschaut, dann ist Schalke eine Mannschaft, die gehört für mich so oder so in die Erste Liga. Von daher, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Aber es ist halt wirklich ärgerlich mit der ganzen Hoffenheim-Geschichte. Aber da will ich nicht jetzt auch wieder anfangen, weil ich glaube, da sind wir jetzt durch. Ja, ich denke auch. Was glaubt ihr denn aufstellungstechnisch? Ich habe eine Theorie, was Marvin's Antwort ist, aber ich frage dich trotzdem, was denkst du, Aufstellung gegen Schalke? Ja, wenn die Möglichkeit besteht, genauso wie die Eintracht in der letzten Woche gespielt hat, dass wir da kaum einen Wechsel vornehmen und genauso auch jetzt gegen Schalke spielen, wie wir jetzt beispielsweise gegen Mainz gespielt haben. Das heißt also natürlich Trapp und Dika, Touré, Tuta. Ich würde Sohn und Rode erst mal stellen. Ja, der Lenzer bleibt links. Das ist eigentlich mit Philipp Max Wurschen, wann kommt der wieder? Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Der ist jetzt immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der, was hat der noch mal gehabt? Oberschenkel. Oberschenkel irgendwas, ja. Ja, aber es ist, also, da gab es auch noch keine positiven Signale. Nee. Nee, also das Letzte, was ich gehört habe, war, dass er jetzt planungstechnisch in den nächsten, also es war letzte Woche oder vorletzte Woche, dass Glasner gesagt hat, er soll jetzt wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und dass man hofft, dass er für das Pokalfinale wieder fit ist. Also frühestens vielleicht im Spiel gegen Freiburg. Vorher denke ich nicht. Das war das Letzte, was ich gehört habe. Also von daher hast du, glaube ich, keine wirkliche... Ich würde mir wünschen, dass Lindström spielt, ehrlich gesagt, dass der langsam mal... Dass der wieder ein bisschen mehr in den Rhythmus reinkommt. ...bisschen die Formschwäche rausläuft. Ja, kein Verständnis. Ich befürchte, dass wir den brauchen werden. Ja. Im Pokalfinale. Ja. Und für wen würdest du ihn dann stellen? Für Oda, wahrscheinlich. Also ich mache Kamada und Zou auf die Sechs dann. Also eigentlich Vintage-Aufstellung. Wie wir es die ganze Zeit hatten mit Moani, Lundström, Götze vorne, Kamada, Zou auf der Sechs. Dann Buta und Lenz auf den Außen und unsere neue formierte Touré-Indika-Tuta-Abwehr. Ja, auch Vintage. Ich meine, hatten wir ja auch. Anfang der Saison, letztes Jahr. Also bis jetzt ja auch nicht so komplett neu. Das heißt, wir diskutieren in erster Linie über Doppel-Sechs und die beiden Zehner und der Rest ist eigentlich safe. Das ist ja quasi das, wo wir uns uneinig sind. Patricia, du als alte Schweizerin, was ist denn da deine Meinung zu? Ich gehe mit Basti mit, weil ich unbedingt Linström und Kolo noch zusammen spielen sehen will, weil mir das sehr, sehr viel Spaß bereitet hat, die Saison, zumindest am Anfang der Saison. Und ja, ich will das jetzt noch genießen, solange beide oder überhaupt noch irgendjemand von beiden bei uns ist. Und auch aus Gründen, wie Basti schon gesagt hat, Linström ist eigentlich ein wichtiger Spieler. Und ich glaube, der muss da jetzt langsam reinkommen. Ich glaube, der hat vielleicht noch gar nicht die 90 Minuten drin nach der Verletzung, aber das muss er ja auch gar nicht. Er kann erst mal starten und dann schauen wir einfach mal, was wird. Ja, ich glaube, ich würde auch die Variante nehmen mit Kamada und So auf der Doppel-Sechs. Rode kann dann später reinkommen, bekommt ein Päuschen, wie auch immer. Tendenziell wahrscheinlich Einwechslung und dann Linström, Götze und Kolo Myrani vorne drin. Klingt auch gut. Basti, sag ich schon. Marvin, kannst du damit leben? Auf jeden Fall kann ich damit leben. Ich kann damit leben und ich, ja, ich muss mich jetzt alles, ich muss mich so ein bisschen reinarbeiten in das alles, was in diese Endphase jetzt. Es wird jetzt einfach Zeit und ich hoffe, ja, wie gesagt, diese ganze Schalke-Sache eben nervt mich noch. Ich bin noch unsicher, was ich da jetzt am besten finden würde. Aber die Eintracht muss jetzt einfach genauso weiterarbeiten. Und am Ende ist es vielleicht so, dass wir vielleicht auch mal so die Möglichkeit haben, nochmal jemanden reinzubringen, wie Ibimbe, der dann wieder zeigt, was er kann, weil er wird auch vielleicht zu einer sehr, sehr wichtigen Option im Verlauf des Pokalspiels. Ich glaube, dass wir unsere 12. und 13. Spieler tatsächlich auch brauchen werden in diesem Pokalspiel. Weil ich gehe ehrlich gesagt jetzt schon davon aus, das wird eine unglaublich aufgeheizte Emotion. Und ich glaube, in einigen Wochen werden wir hier direkt vor dem Pokalfinale stehen. Da wissen wir alle, was Sache ist. Da sind wir alle mega hyped. Dann wissen wir, dass Leipzig nicht nochmal den DFB-Pokal holen darf. Und dann ist es total wichtig, dass auch die Spieler das spüren, dass dann von den Rängen eine Einheit wieder geformt wird, die den Spielern auch zeigt, nee, ihr müsst um jeden Ball kämpfen. Und wenn es dann nur ist, dass ein Jakic, der wieder spielt, vielleicht maximal 30 Minuten spielt und dann wieder ausgewechselt werden muss, weil er die ganze Zeit eher brutgefährdet ist. Das muss eine solch brutale Partie sein. Weil wir gemerkt haben, wie gefährlich die gegen Freiburg waren, wie die die eiskalt abgezockt haben. Wir müssen die entnerven. Wir müssen die besten Eintracht-Tugenden wieder hervorrufen. Wir müssen wieder auf den Punkt giftig sein. Und wenn wir das schaffen, dass wir im Pokalfinale gegen Leipzig die so nerven, dass sie keinen Bock mehr haben und dass wir die Tore machen, dann im Endeffekt im Vergleich zum Vorjahr haben wir diese Offensivqualität. Wir müssen, wir kommen jetzt langsam wieder heran. Aber in Jesper Lindström ist ein herausragender Spieler, von dem wir wissen, welche Qualitäten er hat. Wir dürfen nie einen Mario Götze außer Acht lassen. Wir haben einen Randal Kolo Mujani, einen Spieler, der jetzt natürlich von den Bayern, ey fucking Bayern, ey, der geht international wohin. Wo soll der denn zu den Weißwurstbrüdern gehen? Meine Fresse. Also, das ist ein international herausragender Spieler. Genau solche Spiele haben wir. In Kamada würde ich auch noch ganz gerne nochmal einen DFB-Pokal umschnallen. Und ja, so Leute wie Ibimbe, wir haben so viele tolle Spiele. Und die müssen wir jetzt auch in den Spielen jetzt zuvor jetzt nochmal weiter darauf trimmen, damit das ganz, ganz Große dann möglich sein wird. Hatte ich schon erwähnt, dass ich möchte, dass Marvin die Motivationsrede vor dem Spiel macht? Ich liebe das auch, wie Marvins Gehirn einfach immer Richtung Pokalfinale wandert, egal bei welchem Thema wir sind, aber es ist sehr nachvollziehbar. Auch schon beim Abendessen. Ja, ich glaube, Marvin läuft die ganze Zeit rum und überall sieht er so versteckte DFB-Pokalzeichen. So Kaffeetasse DFB-Pokal, Bus DFB-Pokal, überall. So stelle ich mir das vor, wie Marvin da rumläuft. Was, by the way, eine schöne Vorstellung ist. Es ist für mich das A und O am Ende. Ich hätte es niemals gedacht, als Stefan Reich bei Fußball 2000 am Anfang des Jahres gesagt hat, ja, pass bloß auf, am Ende ist der DFB-Pokal das Ding, worauf wir uns spezialisieren können. Und wir dann so alle sagen, ja, ja, wir sind auch hier in der Champions League, naja, gut, Liga auch läuft auch gut. Und der weise Stefan Reich wusste schon, wie es uns geschehen könnte. Aber jetzt bin ich genauso hyped. Was das auch wieder für eine Wichtigkeit hat, ne? Also nicht nur, dass die Eintracht dann in den Europapokal einziehen kann, darüber, wahrscheinlich auch nur darüber, sondern auch, dass man wieder Leipzig verhindern muss. Es macht es irgendwie noch, was heißt schlimmer, aber so, ich bin komplett angespannt deshalb. Und nachdem Kevin Kampel gesagt hat, er würde noch mal Red Bull in diesen Pokal kippen, ich ertrage es nicht noch, ich kann nicht mehr. Das ist, ich kann nicht mehr, das muss verhindert werden. Irgendjemand, selbst wenn wir das Pokalfinale verlieren, kann irgendjemand das trotzdem verhindern, so diese Dose aus der Hand reißen und wegwerfen oder so, weil ich kann es nicht noch mal sehen. Der muss auch tatsächlich, aber ganz ehrlich, diese dauernden Provokationen, ich will mich da jetzt noch nicht reinreden, weil wir haben ja noch ein paar Wochen, es sind noch ein paar Bundesligaspiele, wir werden kurz davor noch mal in diesen ultimativen Motivationszirkel hineingeleiten. Ja, aber es ist tatsächlich schon so, dass wir müssen denen endlich mal zeigen, dass es nicht so geht. Wir müssen denen endlich mal zeigen, dass diese ganze Red Bull-Scheiße, diese ganze, ja, ideologisch geprägte Scientology-Bubble, in der die sich befinden, dass das irgendwann mal ein Ende hat. Das kann nicht so weitergehen. Echt eine Sekte, Mann. Es ist so ein Sekte und deswegen, lass uns jetzt lieber noch mal über Schalke sprechen oder was anderes, sonst rege ich mich schon wieder auf. Ich glaube aber ganz fest, bevor wir noch mal kurz über Schalke sprechen, ganz fest daran, dass das im Pokal was wird. Die Anzeichen und die Parallelen zu 2018 sind sehr deutlich da. Wir haben wieder die Thematik, dass ein Trainer im Vorfeld sagt, er ist danach nicht mehr da. Wir sind wieder in der Ostkurve, wir feiern wieder am Breitscheidplatz, wir haben wieder weiße Trikots, wir haben wieder die Heimkabine. Es ist alles ziemlich gleich. Ja, der Gegner ist ein anderer. Von daher, Hoffnung ist vorhanden. So, Schalke, lasst uns das Thema noch abschließen. Was ist denn euer Ergebnistipp für Schalke, Basti? Was sagst du, wie geht das Spiel aus? 2-1 für Schalke. Okay. Badumz. Er hat es ja angedeutet, von daher. Marvin, was sagst du? Ja, ey, was soll ich denn machen, ey? Das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Oh, ey, ich hoffe. Ja, du brauchst du. Das wäre alles sauer. Es tut mir alles weh. Aber 2-1 für die Eintracht. 2-1 für die Eintracht. Patricia? Ich glaube, es wird so ein 1-1, was am Ende auch keinem hilft. Ja, es klingt genau so. Für alle zu wenig im Endeffekt. Klassik Bundesliga. Ja, klassische Eintracht, klassische Bundesliga. Wir können es nicht wieder in die eine Richtung, noch in die andere Richtung. Ich hoffe so ein bisschen drauf, auch wenn es mir leid tut um Schalke, aber ich hoffe einfach drauf, dass denen einfach gerade der Goalgetter sehr verloren gegangen ist durch die blöde Gelbsperre und dass wir gerade gut drauf sind und sage, es wird so ein 1-0 für die Eintracht. Aber auch eins der eher unspannenderen Sorte. Und dann hoffe ich einfach, dass die anderen das irgendwie regeln, dass Schalke drin bleibt. Ich hätte schon einfach gerne Schalke weiter in der Liga. Einfach mal Lizenzentzug für Hoffenheim. Irgendwie ist rausgekommen, dass wahrscheinlich, keine Ahnung, dass sie lauter unter 16-Jährigen verpflichtet haben. Wie ist das jetzt eigentlich? Aber das ist ja eigentlich eine spannende Frage. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn sie härter die Lizenz entziehen? Dann sind sie doch sowieso in der 4. Liga. Müssen die dann noch absteigen? Ja, ich, kein Peil ehrlich gesagt. Ist tatsächlich eine gute Frage, aber da habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Kann ich nicht sagen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass am Ende, vielleicht wahrscheinlich dann kein, wobei. Nicht, dass der 16. Dann in der Liga, es könnte funktionieren, aber ich weiß nicht genau, wie die Statuten sind. Ich habe auch die Zeit, in der bei uns der Lizenzentzug gedroht hat, erinnern wir uns noch, da war ja die Unterhangenkausa. Ja, ich erinnere mich. Habe ich auch weitestgehend aus meinem Gedächtnis herausbuxiert. Ja, ist auch besser so. Ist auch besser so. Wäre ja eine spannende Frage, weil irgendwie müssen es ja wieder 18 Vereine sein, sowohl in erster als auch in zweiter Liga. Naja, uns hören ja hier einige Gelehrte von Twitter zu. Insofern können die mit Sicherheit Dinge beantworten. Ja, fände ich mal spannend, was das für Auswirkungen haben könnte. Wenn es einer weiß, dann bitte gerne uns sagen. Ja, aber ich glaube damit haben wir jetzt erstmal das Bundesliga-Thema dabei und rum. Was wir aber sagen können, wenn wir schon bei dem Thema Aufstieg und so weiter sind. Die U21 darf nächstes Jahr Regionalliga spielen. Marvin. Ja, super, freue ich mich. Es ist ein weiterer Schritt zur Weiterentwicklung der einzelnen Spieler. Es ist auf jeden Fall eine kompetitive Lösung für die Eintracht 2 und ich bin sehr gespannt, wie sie sich dann in der Regionalliga schlagen. Ich kann natürlich immer noch nachvollziehen, dass es für den einen oder anderen nicht so die Optimallösung ist. Aber trotzdem, Vierte Liga ist heftig. Es wird auf jeden Fall das Derby geben mit den Kickers. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir haben unter anderem andere Partien, unter anderem auch gegen den FSV. Also da ist einiges geboten. Es ist auch nochmal eine Möglichkeit für den einen oder anderen Spieler, sich vielleicht wieder fit zu machen. Vielleicht auch dementsprechend, wenn wir nicht fit machen, aber dann ja doch für die Liga dann irgendwie vorzubereiten. Wir haben es ja in den letzten Jahren, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht geschafft, einen der Spieler mal dauerhaft hochzuziehen, der dann relevant wurde für den Profikader. In Anbetracht der Tatsache, dass wir natürlich auf internationalem Top-Niveau unterwegs waren, auch denkbar unwahrscheinlich. Aber ich glaube, es könnte in die richtige Richtung gehen für Spieler wie, was weiß ich, Nacho beispielsweise oder den einen oder anderen Spieler, die vielleicht für die mal die Ausleihe anstehen könnte, könnte das noch eine Option sein. Gerade auch, weil du ja vorhin gesagt hattest, dass man vielleicht auch da wieder so ein bisschen einen Wechsel in der Ausrichtung hat und dann eher auch sagt, okay, wir gehen eher wieder auf jüngere Spieler. Ja, dann kannst du da natürlich auch gute Connects zwischen den beiden herstellen. Ja. Gut. Ich glaube, das war es dann auch so ein bisschen, was News und die Aktualität angeht. Man merkt uns vielleicht an, auch wenn wir vollen Fokus nach vorne haben, auch uns gehen so zum Ende der Saison so ein bisschen die Körner aus. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich finde es auch gerade wieder sehr anstrengend und ich glaube, das geht euch ähnlich. Von daher würde ich jetzt einfach sagen, wir haben jetzt so eine knappe Stunde hier auf der Uhr, was die Aufnahme angeht. Und ich würde sagen, wir belassen es jetzt für diese Woche dabei. Oder gibt es da Gegenmeinungen von euch? Nee. Nee. Gut. Dann, liebe Damen und Herren, die hier Woche für Woche fleißig zuhören. Und das war der Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 515. Wir wünschen euch eine schöne und hoffentlich kurze Restwochene. Wir hoffen auf ein schönes Spiel gegen Schalke am Wochenende und möge es entweder zu unseren Gunsten und mit Profit für uns zu Ende gehen oder dann wenigstens mit Profit für Schalke und wenig unentschieden. Wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.